Ein super guter Tipp, wenn man über die Zukunft der Arbeit nachdenkt, ist, erst mal sich damit zu beschäftigen, weil viele Leute, glaube ich, haben Angst, sehen das als Bedrohung, finden das unheimlich, weil sie einfach nicht genau verstehen, was das eigentlich bedeutet, die Zukunft der Arbeit. Und es ist auch nicht einfach, das zu verstehen, weil so viele verschiedene Dimensionen und so viele verschiedene Entwicklungen und Treiber ineinander greifen und natürlich die Zukunft der Arbeit kein isoliert zu betrachtendes Ding ist, so eine Blackbox, sondern es sind ganz viele Dinge, die miteinander zu tun haben, und sich gegenseitig sozusagen in so einer Wechselwirkung verstärken. Diese Dinge zu begreifen, hilft, weil man dann einfach weniger Angst hat. Man weiß einfach, okay, das passiert auf der technologischen Ebene, das passiert in den Unternehmen, daran denkt gerade die Politik herum. Wenn ich das begreife, kann ich es auch beeinflussen, dann kann ich es auch gestalten. Ich kann denjenigen wählen, der das vorhat, was mir vielleicht die Angst nimmt. Ich kann in Unternehmen Prozesse anstoßen, weil ich merke, da passiert noch nicht genug. Ich kann vielleicht selber beginnen, mich mit Technologien auseinanderzusetzen, auch in kleinerem Rahmen, um einfach den Kontakt dazu herzustellen und zu schauen, wie kann mir das auch was bringen. Wie kann das nicht nur eine Gefahr darstellen, sondern Spaß machen oder mich unterstützen. Und wenn ich schon ganzua gaat, dann arrivé den Te Jesse always. Das ist halt gut. Doch, wie kann es sich schon falsch nehmen? Weil wir uns richtig immer wieder arbeiten. TYREEN'S ein guter dokumentiert. Wie können wir es uns glaubern? Die Dennwirben im Ende des Tages개月, die почему-2-10 wie große Auf hexvak peut- 1987 tsunami – iminikan нужно um an perto zusammen === Und damit auf über 10 November geograph лучше Fernة rien machen dürfen alles sollen, das so. Untertitelung des ZDF, 2020